Und nun eine weitere Folge unserer beliebten Serie Schweine im Weltall. In den Hauptrollen der unbezwingbare Käpt'n Ringelschwanz. Sein streitbarer Erstoffizier Miss Piggy. Der unheimliche Doktor Speckschwarte. Als wir unsere drei Helden das letzte Mal verließen, befand sich das Raumschiff Schweinetreck am Rande einer fürchterlichen Katastrophe. Dr. Speckschwarte, wer kann uns vor dieser schrecklichen Katastrophe bewahren? Käpt'n, es gibt nach meinen Aufzeichnungen nur eine einzige Person, die aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage ist, uns zu retten. Der erste Offizier Piggy. Oh, ich bin selbstverständlich bereit, alles Nötige zu tun, um Schweinetreck und seine Besatzung vor der Katastrophe zu retten. Stehe ich doch im Dienste der gesamten Schweinheit. Wie lautet also meine Aufgabe? Miss Piggy, Sie und nur Sie allein. Können die unabhängige Heizung bedienen, den Schichter und das Faltungselement über dem horizontalen Egalisierungsbord und so die gesamte Kug retten. Oh, ich bin bereit, mein Kapitän. Ausgezeichnet. Bringen Sie die Geräte für Miss Piggy. Oh, aber was ist das? Nun, Sie erkennen doch gewiss die unabhängige Heizung, den Schichter und das Faltungselement und das horizontalen Egalisierungsbord. Soll das heißen, dass Sie von mir erwarten, dass ich die Wäsche bügle? Genau das. Seit über einer Woche hat kein Besatzungsmittel die frische Wäsche mehr. Der Käpt'n hat recht. Wir leben hier ja schon wie die Schweine. Eine scharfsinnige Beobachtung, Doktor. Wie wär's mit einer kleinen Runde Fußball zur Entspannung? Das alte Schweinerleder mal ein bisschen Mundschroße. Oh, noch eine Bitte, Miss Piggy. Ein bisschen weniger Stärke in die Pyjamas, ja? Oh ja! Wie wär's, wenn du dich damit stärkst? Wurstschnauße! Also dann, bis zur nächsten Woche, bis Sie sich wieder fröhlich tummeln, unsere Schweine im Weltall!